Oh my god, you're so sweet. Look at it, you're green. Hi guys, it's me and JC, you know. Und heute ist wieder Christmas time. It's Christmas Sunday und ihr könnt gewinnen. Das hier ist ein Adventskalender und Sandra hat Geschenke für einen von euch. Leute, wollt ihr sehen, was da drin ist? Dann werden wir beiden Hübschen euch das gleich verraten. Okay? Gut. Leute, es gibt wieder ganz tolle Gewinne und diesmal gibt es wieder Sachen von Assen. Ich weiß, Leute, wir Frauen, wir lieben unsere Füße. Vor allem lieben wir es, schöne Schuhe von Prada und Gucci auszutragen. Aber wir haben dann natürlich manchmal, ihr nicht, ich, auch Sachen, die muss man pflegen. Ich habe natürlich eine Fußpflegerin, aber ihr vielleicht nicht. Also habe ich hier von Assens etwas für euch, das ihr unbedingt gewinnen wollt. Was ist das? Das zeige ich euch natürlich. Leute, man hat manchmal Hornhaut. Okay, ich nicht, aber ihr. Dafür hat Assens etwas, beziehungsweise dagegen. Einmal in Hose und einmal in Orange. Und das glitzert noch dazu, Mädels. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber das ist eine Hornhautpfeile. Yeah, und das könnt ihr heute gewinnen. Aber das wäre ja nicht alles. Wenn man High Heels anhat, dann tut einem manchmal der Fuß weh. Bei euch, nicht bei mir. You know, I'm Hollywood. Okay, und dafür hat auch etwas Essens. Denn Essens hat ein High Heel Protect. Yeah, und das ist das hier. Das kann man sich hinten in den Fuß machen, in den Schuhen. Und dann geht es eurem Fuß besser. Auch etwas für euren unteren Teil. Und ich glaube, das mögen Frauen alle. Girls. Hi. Leute, guckt euch an. Ich habe wieder den Weihnachtsbaum mit den Weihnachtskuchen im Gesicht. Und natürlich diesem tollen Niedschatten. Und diesem tollen Lippenstift, der übrigens auch von Essens ist. Sandra hat ihn nie wieder gegeben. Aber wir sind ja noch nicht fertig, Leute. Es gibt noch etwas für eure Füße. Und zwar drei Sachen, die müsst ihr auftragen. Und die sind feucht. Und zwar geht es hier um Nagellacke. Wir haben einmal einen in Baby Rosa. Wir haben einmal einen in Lila. Und wir haben einmal einen in einem sehr coolen Blau. Und das könnt ihr auch bekommen. Das ist nicht direkt für euren Fuß, sondern für euren Fußnagel. Leute, okay? Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt damit über den Fuß drüber malen. Nein, nur der Nagel. Und dann werde ich dir ein ganz tolles Bettchen kaufen. Ganz schönes Bettchen und ein bisschen mehr Glitter. Ein bisschen mehr Glitter. Look, look. Look, I think this would be the... Oh my God. Leute, guckt euch das an. Das ist Christmas. Und ihr wollt natürlich jetzt von mir wissen, ja. Wie kann ich denn diese ganzen tollen Sachen von Essence für die Füße gewinnen? Das werde ich euch natürlich sagen. Und mein kleines Baby hier auch. Sag mal was. Miep. Oh yeah. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr solltet dieses Video liken. Es wäre toll, wenn ihr natürlich auch Sandra folgt. Denn Sandra macht das hier doch nur für ihre Abonnenten. Für all die Girls and maybe some boys, die Sandra mögen. Glaub mir, das sind nicht viele. Das sind nicht viele. Ihr mögt natürlich alle mehr mich. Aber wir können das Sandra nicht sagen. Also, you like Sandra? Und du magst dieses Video? Dann tust du gefällt mir klicken. Und dann schreibst du noch etwas in die Kommentare. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich weiß, natürlich möchtest du dieses Essence Fußpflege-Set. Aber, was wünschst du dir denn von deiner Mama und deinem Papa? Oder von deinem Freund oder deiner Freundin? Oder von der Oma und dem Opa? Oder der Tante und dem Onkel? Oder Schwestern oder Freundinnen oder Ehemännern und so weiter? Leute, ich kann das jetzt echt nicht alles aufzählen. Leute, meine Zeit ist begrenzt. Aber sagt mir, was wünscht ihr euch? Okay, das müsst ihr machen. Und dann macht ihr hier mit. Bei diesem American-Half-Deutschen-Gewinnspiel. Leute. So. Wir beide wünschen euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. And guys, macht schön mit. Denn deckt dran. Gepflegte Füße sind wirklich toll. Yeah. I love you all. And I hope you love me too. Ich meine, Leute, ihr müsst mich lieben. Aber trotzdem. I hope you love me. Und wir drücken die Daumen beim Bellini, Jay-Z, Bici und ich. Okay. And now we say goodbye. Bye. Bye.